Irgendwo hier muss doch Smetbo sein. Ob uns wohl der Käfersammler helfen kann? Katztastisch begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Pikachu! Hier auf Katze, der Kanal für Kinder. Huiuiui, hier im Wald sind aber viele Taubsies. Und da ist auch schon das erste Horn-You, das super winzig ist. Na, das schnappen wir uns. Meine Lieben, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Blacky, die in der letzten Folge geschrieben hat, Katze, kannst du nicht Folge 4, 5 und viele weitere Folgen machen? Sehr gerne. Und das freut mich zu sehen, dass ihr dieses Projekt toll findet und unsere Community einfach mehr Pokémon sehen möchte. Hey, ich mach das gerne für euch. Wir sind die Katzen-Community. Wir sind die Besten hier. Und ihr seht schon, Marie-Louise Lonka, Champion der echten FlyFlyNikeShow und Christine Lohe. Ihr kommentiert immer so fleißig, deswegen hab ich die Pokémon auch euch benannt. Und das wird sich auch nicht ändern. Auch in den zukünftigen Folgen werde ich meine Pokémon nach euch benennen. Also, wer fleißig kommentiert und zuguckt, der kommt in das Spiel. Ich wechsle immer dann mein Team aus. Meine Lieben, hier kommt auch direkt der Hinweis. Wenn euch Pokémon gefällt, dann lasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, der Kanal für Kinder. Damit ihr auch in Zukunft keine spannenden, interessanten und vor allem sehr lustigen Videos mal verpasst. So, Christine Lohe, ich brauch dich unbedingt ganz vorne an meiner Seite, denn mit deiner Windstoß-Attacke kannst du mir die Käfer vom Leib halten, was hier im Wald sehr, sehr wichtig und elementar sein kann. Okay. Und da ist auch schon Christine. Hey, wie geht's dir? Er starrt die Sonnenstrahlen an, die auf den Boden fallen. Okay. Wurde dein Pokémon vergiftet? Kauf dir Gegengift. Wurde dein Pokémon paralysiert? Kauf dir Paraheiler. Der Pokémon-Supermarkt hilft in jeder Notlage. Und schaut mal, da ist ein riesiges Taubsi. Und zumindest ein großes. Riesig! Wow, das ist riesig, das Taubsi. Ich kann gar nicht abschätzen, wie groß das ist, aber wir werden dieses Taubsi einfach mal fangen. Okay. Pokéball! Das ging mächtig in die Hose. Pokéball, los! Jetzt aber. Manchmal brauchen wir auch zwei Würfe, um ein kleines Taubsi zu fangen. Okay. Ja, es tut mir leid, du bist nicht klein, du bist riesig. Noch einmal. Großartiger Wurf. Fangen wir dieses Taubsi oder nicht? Es bleibt spannend, aber... Yes! Taubsi! Willkommen bei uns im Team. Taubsi wurde gefangen. Ich werde die Pokémon übrigens im Team immer wieder austauschen. Das heißt, ich habe kein festes Team, außer natürlich Pikachu. Und wahrscheinlich Marie-Louise wird auch ziemlich lange dabei sein, da sie ein ziemlich starkes und wertvolles Pokémon hier auf meiner Reise sein wird. Aber ich wechsle immer durch und werde natürlich dementsprechend auch nicht jeden immer im Team dabei haben, sondern auch mal neue Pokémon natürlich mit neuen Spitznamen beziehungsweise mit neuen Katzen. Also mit Katzen seid ihr gemeint, die hier zuschauen. Ich benenne ja meine Pokémon nach euch. So, Achtung. Ganz viele Hornius und Kokuna und Mirabla. Und ein Käfersammler. Oh, du hast ein Partner-Pokémon. Kann ich es mir mal genauer ansehen? Meinst du meinen Pikachu? Ja, genau. Können wir vielleicht gegeneinander kämpfen und du setzt deinen Pikachu ein? Nee, nee, nee. So wird das nichts. Du setzt bestimmt mein Käfer-Pokémon ein, oder? Ganz genau. Hornius, los. Na, da konnte er. Ich auf jeden Fall mit Christine, mit meinem Taubsi. Och, nö. Kämpf bitte mit deinem Partner-Pokémon. Nein, nein, nein. Nichts da. Ich brauche unbedingt deine Windstoß-Attacke. Los, Windstoß. Oh, nein, Hornius. Wie kannst du nur? Windstoß ist viel zu stark. Oh, nein. Das ist doch unfair, mit einem Flug-Pokémon gegen ein Käfer-Pokémon zu kämpfen. Ehe ich es mich versehe, tut's weh. Es tut mir leid, mein lieber Käfer-Sammler. Aber so ist das nun mal in der Welt der Pokémon. Natürlich kämpfe ich mit Pokémon, die einen besseren Typ haben. Alles okay bei dir? Hab ich mein Hornio auch so tragen sollte? Kannst du machen. Achte nur auf den Stachel. Nicht, dass du dich piekst. Oh, ein Kokuna. Und ein Raupi. Und eine Göre von letzter Folge. Die war so zickig. Habt ihr die letzte Folge gesehen? Da war sie etwas zickig, die liebe Göre. Na gut, hier laufen wir bloß im Kreis. Dann lasst uns mal weiter in die Richtung laufen. Oh, na hoppla. Was ist denn jetzt los? Jawoll. Du hast auch Pokémon, oder? Dann lass uns kämpfen. Ich will dir zeigen, wie stark ich bin. Ach ja, wer bist du denn? Ich bin Käfersammler André. Und wer hätte es gedacht? Ich sammle Käfer. Los, Raupi. Das ist mein Raupi. Die S ist grün. Und es kann Fadenschuss und Tackle. Hättest du das gedacht? Äh, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, eine Windschussattacke sollte es besiegen. Hey, Moment mal. Ich will auch anfangen. Äh, nein. Raupi. Warum? Das ging ja viel zu schnell. Ich konnte ja gar nichts machen. Tja, mein lieber Käfersammler. So schnell kann es manchmal gehen. Oh, ich hab verloren. Es war wohl ein Fehler, Raupi einzusetzen. Nun ja, ich hab eigentlich nur Raupi. Naja, was soll's. Oh Mann, André. Es tut mir leid. Alles okay bei dir? Psst, sei still. Sonst hauen die Käfer-Pokémon ab. Hier gibt's noch viele mehr. Ja, fang die lieber mal ein Taubsi. Tipps für Trainer. Wie du ein Pokémon fangen kannst, hängt von der Art des Controllers ab, den du verwendest. Wenn du den Controller wechselst, sollst du dir unter Hilfe weitere Informationen ansehen, während du versuchst, ein Pokémon zu fangen. Ach so, ja. Diese Option wird auf dem Bildschirm angezeigt. Okay, hehehe. Danke. Oh, ein Pokéball. Den, den nehm ich da natürlich mit. Drei Himibären. Sehr gut. Das ist ein Raupi und ein Taubsi ist plötzlich aus dem Gras erschienen. So aus dem Busch entflogen. Und da läuft ein kleiner Junge durch den Wald. Da ist ein Safkorn. Und ein Pikachu. Wir fangen erst mal das Pikachu. Wir haben schon eins. Egal. Ein männliches Pikachu. Okay. Pikachu. Oh. Warum kann ich heute nicht richtig werfen? Irgendwie ziele ich nicht richtig. Einfach fabelhafter Wurf. Komm schon. Bleib mit dem Ball. Bleib mit dem Ball. Bitte, bitte. Ja. Sehr gut. Und klasse. Pikachu wurde gefangen. Und das gibt einen Bonus-Multiplikator. Und natürlich auch einen Level-Up für mein gesamtes Team. Bis auf Nikeshuu. Er bleibt erst mal auf Level 4. Champion auf Level 7. Fly Fly erreicht Level 5. Und Pikachu erreicht Level 10. Sehr schön. Toll, toll, toll. Pikachu. Und wie ist so süß Pikachu sein. Pikachu. Oh mein Gott. Okay. Katze. Nicht ausflippen. Safcon. Yay. Ich hab noch keinen Safcon. Safcon. Komm, ich fang dich. Safcon ist die Weiterentwicklung von Raupi. Was für ein großartiger Wurf. Komm, der war so großartig, dass Safcon im Ball bleibt, oder? Sehr gut. Klasse. Safcon wurde gefangen. Und da wir Safcon noch nicht besitzen und zum ersten Mal gefangen haben, gibt es jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein Pokédex-Eintrag. Na, hallo, da ist er ja auch schon. Für Safcon wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Safcon, um sich zu schützen, härtet es eifrig seinen Panzer. Doch wenn es heftige Treffer einsteckt, wird sein Inneres entblößt. Das klingt so, als würde man es attackieren, bis es aufplatzt und daraus dann die Weiterentwicklung rauskommt. Ich weiß es nicht. Hey, wer bist du denn, kleiner Knirps? Ich wollte ein Pokémon fangen und hab einen Pokéball nach dem anderen geworfen. Doch dann sind sie mir ausgegangen. Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Ja, das ist wahr. Danke für den Tipp. Oh, ein winziges Safcon. Na, egal. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ganz langsam hier durch den Wald schlendern. Und da vorne ist ein riesiges Taubsi mal wieder. Hier gibt es viele riesige Taubsis im Spiel. Und es hat uns angeflogen. Ich bin froh, dass es zwar eine kleine Änderung im Gegensatz zu den anderen Pokémon-Spielen, dass man jetzt nicht mehr gegen die wilden Pokémon kämpft. Aber dadurch sind diese wilden, in Anführungszeichen, Kämpfe auch viel schneller vorbei, weil man das Pokémon direkt fängt. Man muss es nicht davor schwächen. Es ist nicht geschwächt, aber es ist vereinfacht. Klar, man kann es noch weiter vereinfachen. Sollte es teilweise auch mit besseren Bällen bzw. mit Bären. Aber an sich ist das Prinzip mit dem Fangsystem gerade ganz cool, weil man dann nicht so viel Zeit verliert. So. Flug-Pokémon. Taubsee wurde in die Pokémon-Box gelagert. Sehr gut. Und da ist ein Schild. Tipps für Trainer. Entferne einen Joy-Con-Controller von der Konsole und schüttel ihn. So kannst du ihn mit deinem Partner-Pokémon spielen. Okay. Kann ich mal machen. Oh, wer ist das? Moment mal! War da ein Smetbo gerade? Christine ist ganz neugierig auf das Savcon, das du gerade gefangen hast. Christine, du hast recht. Aber war da gerade ein Smetbo oder... Tatsächlich! Smetbo! Smetbo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Smetbo! Das ist super selten, oder? Oh mein Gott! Ich werde auf jeden Fall eine Bäre einsetzen. Denn das ist eine ziemlich heikle Geschichte. Ein Smetbo auf Level 5. Verrückt. Hier, bitteschön. Magst du mich jetzt ein bisschen lieber? Kann man eigentlich mehrere Bären einsetzen? Weiß das jemand? Bringt das was, wenn man mehrere Bären einsetzt? Wenn ihr was wisst! Wenn ihr mehr wisst als ich, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Denn ich fange jetzt dieses Smetbo. Ich hoffe es zumindest. Konzentration, Konzentration und... Oh Mann, es bewegt sich die ganze Zeit. Und ich kann nicht so gut zielen irgendwie. Komm jetzt. Oh Mann, ey. Ich kann nicht werfen. Oh Mann. Komm jetzt. Jetzt. Es bleibt stehen. Es bleibt stehen. Meine Chance. Oh, nicht daneben. Oh Mann, was mache ich denn? Jetzt. Einfach fabelhaft. Komm, bleib im Ball. Bleib im Ball. Smetbo. Smetbo. Hier. Was? Nein. Verflixt. Es hätte beinahe geklappt. Na, Teppichtörtchen. Einfach fabelhaft. Komm, der Wurf sitzt jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Smetbo. Teppichtörtchen. Es ist geflohen. Smetbo ergreift die Flucht. Smetbo. 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 Wo bist du? Ich möchte dich fangen. Hast du Smetbo gesehen? Ähm, Entschuldigung. Weißt du, ob in diesem Wald Bieser Samen leben? Äh, keine Ahnung, aber sag mal, hast du mich gerade beobachtet, wie ich versucht habe, das Smetbo zu fangen? Äh, ja, ich glaube schon, aber ich habe mich nicht so sehr darauf konzentriert, weil ich eher nach Bieser Samen geschaut habe. Oh, cool, da ist ja ein Nidoran. Ja, das ist mein Nidoran, aber ich möchte lieber einen Bieser Samen haben. Okay, Bieser Samen hin oder her. Weißt du, wo Smetbo hingeflogen ist? Äh, nee, keine Ahnung. Ich habe mir, wie gesagt, eher nach Bieser Samen geschaut. Okay, ich glaube, du bist mir keine Hilfe. Was soll das denn jetzt heißen? Ich meine ja bloß, ich meine, du könntest mir ja helfen zu sagen, wo Smetbo vielleicht hingeflogen ist. In welche Richtung? Oh Mann, ich habe doch keine Ahnung. Sag mir lieber, wo Bieser Samen ist. Mensch, ich weiß es nicht, liebe Göre. Och, Tamara. Ach, Mendo, ich habe dir doch nur eine unschuldige Frage gestellt. Ich dir doch auch. Wir haben uns gegenseitig unschuldige Fragen gestellt. Wo ist Bieser Samen, wo ist Smetbo? Toll. Und jetzt, was machen wir jetzt mit der Situation, meine liebe Tamara? Eine Freundin hat mir gesagt, dass er hier einen Bieser Samen gesehen hat. Ob das wohl stimmt? In meinem Pokdeck steht dabei nichts. Oh Mann, ich habe mich total verlesen gerade. Egal. Smetbo, wo bist du? Smetbo? Das kann doch nicht so weit weg geflogen sein, oder? Bist du Smetbo? Hast du dich zurückentwickelt? Okay, Spaß beiseite. Ich habe keine Ahnung. Smetbo. Großartiger Fang. Na, so einen großartigen Fang hätte ich lieber bei Smetbo gehabt. Kommt schon, wir geben nicht auf. Nein, nein, nein. Wir geben nicht auf. Wir werden vielleicht. Ich werde jetzt natürlich nicht überbiegen und brechen dieses Smetbo jagen. Aber, ich nehme mir vor, in dieser Folge noch dieses Smetbo zu finden. Ein Smetbo auf Level 5. Genau das eine. Hallo, kleiner Junge. Vielleicht gibt es ja auch wilde Sichtlors. Na, wahrscheinlich nicht. Ähm. Ganz viele Raupis. Ein riesiges Raupi. Oh, eine große Raupe. Das wird mal ein riesen Smetbo. Aber ich möchte euch nicht zu viel verraten. Ich möchte euch nicht verraten, was sich was entwickelt. Weil diejenigen, die Pokémon nicht kennen. Also, ich kenne das ja schon seit 10 Jahren. Ich kenne vor allem die ersten zwei Generationen in- und auswendig. Meine Lieblingsedition ist Pokémon Gold. Nicht das Remake Hardgold, sondern das normale Gold. Und ich kenne es einfach auswendig. Ich kenne alles. Ich habe auch mal strategisch gekämpft. Deswegen möchte ich gar nicht zu viel verraten. Deswegen, ja, behalte ich das so ein bisschen mysteriös. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Hä? Ein wahrer Pokémon-Trainer drückt sich nie vor einem Kampf, ja? Ja, das stimmt. Aber weißt du, ich suche gerade Smetbo und ich bin total hin- und hergerissen. Weißt du? Ja, ich merke es. Entspann dich doch mal. Ich bin Theo und Käfersammler. Und da ist mein Lieber, ist mein Kokuna. Ah ja, okay, Kokuna. Klingt nach einer typischen Härtener-Geschichte. Hä? Was meinst du? Natürlich kann mein Kokuna-Härtner. Das ist die beste Attacke. Das härtet sich und dann, ja. Dann gucken wir mal, was passiert. Haha, siehst du? Es ist ziemlich stark. Härtener-Attacke. Ja, und jetzt? Was passiert jetzt? Ja, es wird härter. Ja, und attackierst du? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber es entwickelt sich bestimmt bald. Also, wenn du so weitermachst, dann bestimmt nicht. Och, Menno, Kokuna, was ist denn passiert? Sag mal, bist du immer noch so verwirrt? Ja, natürlich, ich suche Smetbo. Och Mann, du nervst mit deinem Smetbo. Hä, was? Ich habe kein kampffähiges Pokémon mehr? Habe ich nur Kokuna? Ich dachte, ich hätte noch mehr Käfer-Pokémon. Halte ich nicht Hornio? Ach so, Hornio hat sich in Kokuna entwickelt. Och Mensch. Hm. So ein Mist. Ich muss mir ein paar stärkere Pokémon fangen. Ja, such doch mit mir Smetbo. Hier irgendwo fliegt das rum. Mit Smetbo hättest du mehr Chancen, wenn ich daran denke. Smetbo. Konfusionattacke. Psystrahl. Lernt es Psystrahl noch? Konfusion auf jeden Fall. Aber Psystrahl weiß ich jetzt gar nicht. Habe noch nie bewusst ein Smetbo trainiert. Egal. Ähm. Christine, meine Liebe. Komm, wir fliegen weiter. Oder du fliegst. Ich laufe. Ein winziges Raupi. Okay. Ach, da ist ja wieder der kleine Theo. Hallo. Ähm. Boah, hier sind aber viele Käfer-Pokémon. Und Pflanzen-Pokémon auch. Und ein Flug-Pokémon. Ja, egal. So. Achso, nee. Das war mein eigenes Taubsi, das Flug-Pokémon. Tja, Pustekuchen. Vielleicht hat die Göre irgendwo ein Smetbo gesehen. Sag mal, hast du Smetbo gesehen? Hä? Soll ich dir einen Tipp für das Werfen von Poké-Bällen geben? Oh ja, bitte unbedingt. So oft, wie ich heute verworfen habe. Sagt man das so verworfen? Nee, nicht verworfen. Verfehlt. Sagen wir einfach verfehlt. Ich habe so oft Poké-Bälle geworfen und Smetbo nie getroffen. Ah ja, ich kann dir gerne ein paar Pokémon-Tipps geben. Also ein paar Wurf-Tipps. Aber zuvor musste es schaffen, mich zu besiegen. Nichts leichter als das. Christine, Tackle-Attacke. Okay, Sandwirbel. Okay, Sandwirbel ist gar nicht so unklug. Wenn man das bis zu sechsmal einsetzt, ist das eine ziemlich hohe Chance, dass mein Pokémon nicht mehr trifft. Aber ja, kommen wir mal auf den Kampf an, wie oft man das einsetzen möchte, ob es sich lohnt oder nicht. Okay, besiegt. So, liebe Göre. Wie heißt du eigentlich? Habe ich gar nicht geschaut. Aber. Da hast du ja einen Volltreffer gelandet. Oh Mann, oh Mann. Okay, ich verrate jetzt den Tipp, wie du Pokémon fängst. Den ultimativen Wurf-Tipp. Oh, ich bin echt gespannt. Erzähl. Man muss den Pokémon in die Mitte der beiden Ringe werfen, habe ich gehört. Ernsthaft? Das weiß ich doch. Ich dachte, du erzählst mir, wie ich keinen Bananenwurf mehr werfe und auch Pokémon treffe und fangen kann, die sich von links nach rechts bewegen. Och Mann, oh. Naja, egal. Ein Pokéball. Ein Lock-Parfüm. Das ist ja mal interessant. Was macht das genau? Kann ich damit ein Smet-Po anlocken? Lass mal kurz nachsehen, was das ist. Das interessiert mich jetzt. Beutel. Lock-Parfüm. Ich weiß gar nicht, wo das drinstecken soll. In der Medizintasche. Klamottenkoffer wahrscheinlich nicht. Bonbonglas. Ich weiß gar nicht, was ich alles habe. Stärkung. Habe ich gar nichts drin. Kampftasche. Gar nichts. TM-Box. Habe ich sowieso nicht. Nee. Oh, wir müssen noch mal Outfits einsetzen. Haben wir noch nie gemacht. Können wir auch noch machen. Oh Gott, da unten ist es ja. Bin ich blind. Ein Parfüm, das für kurz Zeit vermehrt selten Pokémon anlockt. Naja, gut. Smet-Po könnte ich jetzt anlocken, aber vielleicht kann ich das behalten und vielleicht mal später einsetzen. Du kannst ein Pokédex jederzeit vom Professor Eich in seinem Labor bewerten lassen. Smet-Po? Smet-Po, bist du hier irgendwo? Oh Gott. Das Safcon habe ich jetzt gar nicht gesehen. Safcon. Hallo, Safcon. Äh, das sollte ein großartiger Wurf sein. Okay, war knapp drüber, aber ich meine, na gut, egal. Yay. Safcon wurde gefangen. Wup, wup. Sehr schön. Klasse Sache, aber noch immer keine Spur von Smet-Po. So, Fly-Fly erreicht Level 7. Oh oh, Level 7 hat was zu bedeuten. Achtung. Nanu, Fly-Fly entwickelt sich. Fly-Fly! Du entwickelst dich. Yay. Fly-Fly wurde zu Safcon. Ganz genau. Raupi entwickelt sich nämlich zu Safcon weiter. Wir haben zwar schon einen Safcon, aber ich sag euch was. Dieses Safcon hier ist das beste Safcon, das wir besitzen. Nicht nur, weil es Fly-Fly heißt. Nein, wir haben es trainiert. Wenn auch nicht direkt. Sondern übers Fangen. Okay, Fly-Fly und Safcon haben wir auch noch gefangen. Das heißt, wir haben Doppel-Safcon sozusagen. Schöne Runde. So, Achtung. Vielleicht hat der Typ Smet-Po gesehen. Hey, hast du Smet-Po gesehen? Hey, warte. Wo willst du denn so eilig hin? Ich bin auf der Suche nach Smet-Po. Smet-Po? Ja, habe ich irgendwo vorbeifliegen sehen. Was? Wo? Ja, ich bin Max. Und ich fordere dich erst einmal heraus. Och, komm, sag mir, wo Smet-Po ist. Okay, ich sag's dir. Aber du musst mich erst besiegen. Na gut. Einverstanden. Aber du musst es mir dann wirklich verraten, okay? Natürlich. Okay, Safcon, mach dich bereit. Achtung, ein Windstoß. Äh, was? Ich kam ja gar nicht zu einer Herden-Attacke. Das ist unfair. Du kennst mit gecheateten Pokémon. Wie komme ich jetzt darauf? Oh Mann, ich gebe auf, du bist voll stark. Okay, sagst du mir jetzt, wo du Smet-Po gesehen hast? Äh, angeschmiert. Ich habe Smet-Po gar nicht gesehen. Ernsthaft? Oh Mann, oh. Manchmal liegen Items auf dem Boden, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Aber wenn dich ein Pokémon begleitet, kann es sie für dich aufspüren. Ich achte nur auf Items, nicht auf Smet-Po. Wie geht's dir, Christine? Na? Christine wird durch den Geruch der Pflanzen beruhigt. Na, das ist schön, aber keine Spur von Smet-Po. Du verlässt jetzt den Fatania-Wald. Auf Wiedersehen. Vor dir liegt Mamoria City. Smet-Po, ich werde dich vermissen. Wir werden uns eines Tages wiedersehen. Oh Mann, oh. Hallo, ich habe Smet-Po nicht gefangen. Wer bist du denn? Es gibt auch einige Pokémon, die ausschließlich in Höhlen oder Wäldern leben. Wenn du viele verschiedene Pokémon fangen willst, wirst du dich überall gründlich umsehen. Okay. Ob er wohl ein Smet-Po-Trainer ist? Na, ich höre schon auf, über Smet-Po zu reden. Hier und dort hast du bestimmt schon mal von Sträuch am Wegesrennen bemerkt, oder? Wie ich höre, kann man sie mit der Geheimtechnik Spaltschnitt zerschneiden und so den Weg freiräumen. Spaltschnitt? Hä? Das heißt doch Zerschneider. Na, egal. Wer bist du denn? Je höher die WP eines Pokémon, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Okay, WP ist wirklich neu. Habe ich noch nie gehört. Was ist da drin? Nichts. Okay. Gut, dann verlassen wir wohl den Wald. Auf geht's nach draußen. Ein für alle Mal den Wald verlassen. Wo sind wir jetzt? Natürlich die kleine, der kleine Abschnitt der Route 2 noch, bevor man nach Marmoria City kommt. Hey, ein Radfratz, haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Hallo Radfratz, wie geht's dir? Süß. Wir haben auch einen Radfratz. Champion der Echte ist unser Radfratz. Und wir erreichen Marmoria City. Was für eine wunderschöne Stadt. Ah, hey, du konntest mich gerufen. Thomas, da bist du ja ewig nicht mehr gesehen. Wusstest du, dass es in dieser Stadt eine Pokémon-Arena gibt, Katze? Da kann man gegen einen super starken Trainer antreten. Den sogenannten Arena-Leiter. Okay, cool. Gegen einen Arena-Leiter zu kämpfen ist zwar kein Zuckerschlecken, aber wenn wir stärker werden wollen, führt kein Weg daran vorbei. Pikachu! Pikachu! Schau mal, Pikachu ist schon ganz heiß auf einem Arena-Kampf. Stimmt doch, oder Pikachu? Ich stehe auf jeden Fall voll hinter euch. Hier! Oh, was ist das? Fünf Tränke von Thomas. Voll lieb, dankeschön. Ich war in Spendierlaune, weil ich mir ein bisschen Preisgeld angespart hatte. Hoffentlich helfen sie dir dabei, den Arena-Leiter zu besiegen. Das ist nämlich ein erster wichtiger Schritt auf deinem Weg zur Pokémon-Liga. Also, viel Glück euch beiden. Ihr schafft das. Cheerio! Tja, wir sind in Memorial City angelangt und werden dann die Arena betreten. Aber was wird in der nächsten Folge passieren? Und was werden wir in dieser Stadt erleben? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Tippt rechts oben, um zum nächsten Video von Pokémon zu kommen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Katztastisch! Wauw!